Hinkommen soll, hat uns auch lange ausgezeichnet in den vergangenen Jahren, die Offensivgefahr eben nach Standards, auch weil wir viele großgewachsene Leute dabei haben. Und jetzt schauen wir mal, auf wen der Ball geht. Zwante Ingelsson macht sich da am kurzen Pfosten ein bisschen platz und da ist Don Verhofft. Pfosten rein, Latte rein, völlig egal. Hauptsache der Ball ist drin und damit hier die frühe Führung für unseren FC Hansa Rostock, gerade mal nach sechs Minuten. Langsam die Vorbereitungen mitmachen. Es ist dann teilweise wie so ein potenzieller Winterneuzugang zu sehen, der eine oder andere. Ja, jetzt müssen wir da erstmal aufpassen, da ist nämlich der Ausgleich. Da waren die Abstände zu groß, da haben sich einige Lücken ergeben. Wir haben auch das bisher zumindest ungefährlich. Jetzt da nochmal ein bisschen Platz auf der linken Seite. Theo im Duell, das verliert er und der Querpass kommt auch rein. Deshalb geht hier also CSKA Sofia doch noch in Führung, dreht das Spiel. Das hat sich nicht unbedingt angedeutet. Das hat sich nicht unbedingt angedeutet.